mal gucken ich glaube da wird der Verdost echt gut gestillt das ist wie so eine Quelle hier als frierig ich sag mal vor du musst wirklich so einen Meter langen Strick hochklettern weißt du was mich wundert was ist dieser Strick so ruhig hält ja ich sollte man schwingen wie Indiana Jones ja genau das ist eigentlich unrealistisch gemacht aber ich glaube schwebende Blöcke das war nicht gibt es auch schwebende Blöcke naja wenn die so Düsen Antrieb unten dran haben nur die Mängchen diesen Antrieb unten dran aber da muss man sich denken ich höre diesen Schwuchtel da ist bei mir hier oben kannst du gegen Kämpfen ja ich warte jetzt kannst du kämpfen gegen ich versuche den Höheneingang zu suchen ja das ist bei meinem Namen musst du echt mal mehr Dinge merken man du hast ein Gedächtnis wie ein Pferd ach der Baum fällt man kann mit Dynamit bei mir fällen wenn ich es nicht da kommen kommst du so ne und dann erst er ist ein Schiff alle stimmt vergess es immer wieder ne classic sick sagt Street immer oh nein ich falle wunderbar ja mit der Fallbeschleunigung 9,81 Meter je Quadratsekunde was ist mit dir? zu viel Physik gehabt ich hab Trauma kann jetzt auch fallen ich muss ja Bildungsauftrag erfüllen in meinen Videos ne muss das immer erwähnen soll ich draufhauen sick? nein muss ich wieder zurücklatschen boah ey immer wenn der aufsteht dann leckt es erstmal schade dass man den Helm nicht aufsetzen kann ein bisschen Flares ich muss mich mal aufwärmen brauchen wir noch für Galoppe oh hier ist ein Lagerfeuer das ist geil ja geil das ist echt geil warte mal komm her da kann man hier gleich ein bisschen was brennen dieses Papier hier zum Beispiel eins ist nur eins ist nicht geil jetzt geht da vor ja nicht Blätter anbrennen ja Blätter ein nee hier steht ich hab nur drei Blätter ach so ja ich hab ja mein Zeug nicht wo liegt denn das unten holen wir gleich hm ok ah perfekt schöner Fuß schmeckt ne schmeckt so den anderen esse ich ich frag mich nur warum schon wieder so grau ist bei mir diese Sicht ja man kann mit U glaube die Flares kannst du rechts klicken ja 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 kannst du rechtsklick drückt halten und dann werden die überöffnet so jetzt komm ah ich hoffe mal nicht dass Galoppel eins da ist jetzt ist ja ein Silvester oder ich schweige denn irgendein Mutant hm da fahr jetzt echt kein Bock ich lauf jetzt einfach mit der brennenden Flair hier das Seil runter ah ok ist nicht da aber hier ist Dynamit ne das brauchst du vor allem wieder das Seil anfasst einfach da ist so ein 2 cm Luft zwischen dem Daumen und dem Seil und wer sieht so ich bin da sammelt das ganze Dynamitio das natürlich günstig wenn man nur brennende Flair hat was jetzt passiert ja irgendwie wurde meine Sicht wieder komisch ich seh nischt jetzt ok kommst du ah jetzt kann ich das ausnehmen hä hab ich das jetzt zerstört ja hier sind seine oh hoppla oh ich dachte hier kommt ein Vieh oh so komm jetzt hast du Dynamit ich glaube ich hoffe ich weiß es nicht so jetzt beeilen wir uns hm schmeckt wenn das Höhle wenn das jetzt das Höhlenende ist ne ah ne hier kannst du nur durch stimmt das ist mit hier dem kriechen aber war hier nicht die die Kettensäge in der Höhle wo du so kriechen musst ich bin mir nicht sicher also ich hab das so in Erinnerung ah ok warte mal gehen wir kurz weg ah hier freisprengen gell ja TNT Block setzen soll ich's machen ist schon passiert alles gut weg so wie man einfach durch die Steine durch ja mach du das war was falsch das war die Flair das tut's doch auch oder ist alles dasselbe damit hast du kein TNT aufgesammelt merklich ich hab's nur nicht ausgerüstet das kann sein dass ich's hab so so jetzt hier hoch alter es ist ein Weg ne gell das war letztes Jahr genau so oh hier hör ich jemanden hm ja da sind wir alter hier haben wir irgendein Tantenbaby oh ne gar kein Bock boah was ist das denn wieso werfe ich die Dinger da hin damit kannst du auch Galoppel und so anbrennen boah shit oh ey was sind das für Viecher das kannst du dem Leben nicht antun ah die greifen einen auch an ne ja natürlich du greifst dich alles an hm was nicht nid und nökelfest ist es sollte was sein oder ach ach ok wir sind Pillen alt und so hm haben wir viel Leben ich hab voll ne ich hab wenig Leben friss mal ein paar Pillen hier sind genug oh hier sind Stöcker die sind wichtig so wo wo kann ich die jetzt essen ah hier ah perfekt jetzt hab ich ich glaub sie sollten hier hoch ich denk ich bin im Wald ey bei den ganzen Stöckern ich geh nur mal kurz hochgucken warte ah hier ist ne Info ähm a dark heart person keine Ahnung bleib mal da Sigg hm ach so wie jetzt nichts wo kann man jetzt speichern eigentlich weiß ich nicht hier Sigg hebe mich mal auf hm mhm ah ne lo ich hab kein Fallscher gekriegt weil hins geh runter Sigg ja hast du jetzt n'n Lagerfeuer gebaut? äh ich hab das irgendwie angezündet ne kein Plan das stand da rum ja manchmal drück ich einfach E wenn's da steht oh galoppe oh ne das ist Muschelklaus ja oh du mir sprengst weg oh zurück glaub ich brauch wieder Medizin boah ey da ist auf mich oh ne ich bin tot wow schon wieder doch ich brauch mein anderes Zeug noch hab die aufgehoben hm oh shit das hat mir die ganze Lehme abgezuckt längs ab Sigg ich brens an hm Musial so jetzt endlich Boah, ich muss wieder die scheiß Axt auswählen, ich hasse das. Boah, schon wieder... Ah, die... Du kannst nichts machen mehr. Du hast keine Chance. Meine Aufnahme ist wahrscheinlich schon wieder 70 Gigabyte groß. Oder noch mehr. Ah. Okay. Galoppel-Heinz ist bei der Welt tot. Hm. Schlucken ein paar Pille in Zick. Hm, mach ich. Na, jetzt haltet ihr Axt. Okay, wo können wir speichern? Wir müssen irgendwo ein Zelt finden. Hm. Dann können wir speichern. Mann, halt doch deine Fresse. Oh, hoppla. Oh, hier sind wir doch welche. Ja. Wir sollten nah dran sein. Hier ist ein Zelt. Ah, perfekt. Aber warte kurz, ich will nochmal schnell die Kiste... Ja. Ich bin sick. Hm. Oh, shit. Was ist das denn? Das geht ja gar nicht. Oh, nicht schon wieder... Ah, ich bin tot. Ey. Ich auch fast... Was? Was? Oh? Ei, ei, ei. Oh, nee. Nicht sterben. Hast du gespeichert? Nee. Das ist das Problem. Ah, hier ist... Hier ist ein Benzinkanister. Warte mal, geht es hier weiter? Ah, nee, jetzt muss man dann tauchen. Okay, das hält man dann für die nächste Folge. Okay, ich speichere jetzt erst mal. Perfekt. Dann kann man das hier reinspeichern. Gut, ja, dann... Dann würde ich sagen... Ich möchte kurz noch die Körfer öffnen. Hm. Die sind eben Schlerz und so. Naja, gut. Die sind Pfeile. Perfekt. Okay, ich speichern. Genau. Perfekt. Ah, nee. Das war ja... Genau, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mal sehen, wie es dann weitergeht hier. Und ja, wir sind mittendrin hier, auf jeden Fall. Dann, ciao. Warte, warte, warte. Das musste noch auf... Hm. Sprengst du dich jetzt selber? No. Geil. LOL, ich hab die ganze Viecher... Perfekt. Naja, gut. Gespeichert ist ja, dann kann ich zurück zum Hauptmenü. Ja. Ja.